Hallo mit O und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Mein Name ist Tayo und in diesem Video habe ich mal wieder etwas für alle Sparefüchse da draußen. Wusstet ihr eigentlich schon, dass Amazon eine mehr oder weniger geheime Funktion hat, mit deren Hilfe man alle Prime-Möglichkeiten gratis teilen kann? Gleich an dieser Stelle sei aber gesagt, dass das ganz legal und offiziell von Amazon so angeboten wird. Das heißt sozusagen, dass ab sofort nur noch eine Person eine Prime-Mitgliedschaft benötigt. Das andere Familienmitglied, wie es offiziell heißt, kann dann mit dem eigenen Amazon-Benutzer-Account alle Amazon Prime-Vorteile gratis für sich selbst nutzen. Und wie das geht, zeige ich euch jetzt. Für alle, die übrigens Amazon Prime gratis für sich selbst ausprobieren möchten, habe ich einen Link in die Videobeschreibung gepackt, mit der man das gratis machen kann. Zuallererst muss man sich natürlich in seinem Amazon-Konto einloggen. Und jetzt fehlen eigentlich nur noch wenige Klicks. Man geht unter Mein Konto in den Bereich Meine Prime-Mitgliedschaft. Manchmal heißt dieser Bereich aber auch nur Prime. Der genaue Wortlaut wird immer wieder mal verändert. Jetzt scrollt man ganz nach unten zu dem Bereich Meine Vorteile teilen. Und hier sieht man schon das Feld für den Einladungslink. Man tippt also einfach Name und E-Mail-Adresse der Person ein, mit der man die Vorteile teilen möchte. Nach dem Absenden muss nur noch der Link in der E-Mail bestätigt werden, die von Amazon verschickt wurde. Aber bitte nicht wundern, manchmal dauert das 10 bis 30 Minuten. Sobald also alles bestätigt und verknüpft ist, können alle Nutzer die Prime-Vorteile nutzen. Und das ohne extra Aufpreis. Na wenn das mal nicht eine tolle und wirklich praktische Funktion ist. Jetzt freue ich mich natürlich sehr über einen Daumen nach oben und oder ein Abonnement von euch. Dankeschön, tschüss, bis zum nächsten Mal.